Jetzt geht's los! Und ihr habt mich nicht mal gefragt! Ne, ich wurde auch nicht gefragt. Ich wurde einfach mitgenommen. Bei der Devil-Dance von Welte hier. Einmal von Ihnen früher. So, jetzt geht's los! Ja, jetzt geht's los. Wir sind hier im Drift-Decoster von der Familie. Wir haben die FT. Und schreien noch nicht so. Es geht erst los hier. Ach, da geht's schon direkt runter. Einmal hier, Wolfsburg von oben. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Ding ist. Das ist mir aber auch relativ egal. Wir hatten ein paar Fahrt. Ein Riesenrad. Da haben wir einen Jaguar-Express von Arendt. Für mich der beste Musik. Ja, es geht los. Jawohl, da leh ich mehr los da. Dann gehen wir schon in die Kiste. Freunde, da seid ihr richtig. Da sind wir noch nicht am Ende hier. Da legen wir erst richtig los da. Da sind wir noch nicht am Ende. Wir schaukeln. Jawohl, ja. Das war nicht mehr. Mach hoch mit. Das ist ja geil. Dann legen wir los. Schwung in die Bude. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und los da. Das war nicht geplant. Wow. Schieter. Jawohl, ja. Auf jeden Fall angenehmer entfernt. Und noch einer. Geh noch weiter. Scheiße, die haben Foto gemacht. Und die haben mit Mund offen gehabt. Scheiße. Auf jeden Fall viel angenehmer als im Fernen letztes Jahr. Die schlägten wir so. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine coole Achterbahn. Geht rein, Freunde. Das macht Spaß hier. Das ist irgendwie eine geile Bahn hier. Ich hab dich gekutzt, ne? Ne, ich auch nicht. Warte noch, bis es steht hier. Ja, warte. Ich möchte zu meinem Rucksack fahren. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Bahn. Geht mal rein, weil ihr seht. Schlägt nicht mehr so sehr wie letztes Jahr. Schlägt eigentlich gar nicht so doll. War echt angenehm. War schnell, doch. War toll, ne?